Sag mal, was ist denn das hier für eine beknackte Diskussion mit dir, Minky? Ich hab dir das schon vor drei Jahren gesagt, dass das mit uns nicht wird. Du musst das doch endlich mal verstanden haben. Nein, du bist nicht mein Typ. Und ja, ich finde dich hässlich. Ich finde dich als Frau nicht anziehend. Ich finde dich eher abstoßend. Die Vorstellung, dich zu küssen, ekelt mich an. Ich krieg das Kotzen, wenn ich mir das vorstelle. Du bist absolut nicht mein Typ und überhaupt nicht mein Fall. Ich finde dich auch doof manchmal. Hast du das jetzt verstanden? In 100 Jahren wird das nicht passieren. Und ob du dir Kleider, wie es ich, wo bestellt hast bei Sarah Young oder was, wie es ich, das interessiert mich nicht. Du könntest auch nackt auf meinem Bett tanzen, ich würde dich rausschmeißen. Mann, Minky. Nein, ich habe kein Interesse an dir. Will ich nicht. Du bist so ziemlich die mieseste Schraube, die ich kenne. Ja, ich habe ein Kind durch.